Na Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls Wie ich zu den beiden, die da kommen, weiß ich immer noch nicht, wo ich den suchen muss, aber ist ja auch erstmal egal Denn Ich bin halt erstmal so weiter, ne So, gehen wir hier wieder hin Und gehen da wieder runter Oh, ich mach erstmal den Mauszeiger aus dem Bild, ne So, äh, heute möchte ich da unten nochmal zum Finsterwurzbecken gehen Und da war ja noch eine Leiter, die ich gern nach oben gehen möchte noch Will ich mich mal noch checken, was da so war Ich glaub, da waren wir noch gar nicht oben oder wenn, dann nur kurz oder so Hey, Freund Guck mal, ich kann dich auch eigentlich mal ein bisschen anzünden Voll der Burner, ne Du Horst So, aber ich nehme lieber meine Keule Die keult sich so schön So, dann, ähm, 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 wo war's denn lang? Hier? Nicht, scheiße Was ging's denn lang? Hm Schön Starte ich ja wieder hier Fail Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo man Seelen fahren kann Denn in der Welt In der gemalten Welt, da kann man gut Seelen farmen Dazu müssen wir da, aber dann, äh Ja, bräuchte ich irgendwie ein AOE-Skill oder so Also irgendwas, was Flächenschaden macht Dass ich die ganzen Flanks da unten, diese Hainis da Auf einmal killen kann Nach Möglichkeit Dann geht das ruckzuck Ja, ein Durchlauf Viele Seelen Alter Aufs Maul Oh Müßklimpen Ach, guck mal, wo noch Seelen liegen, ey He, he Ist ja praktisch So Als wäre nie etwas gewesen Hey, wo kommst denn du her? Du warst ja voll nicht da Ja Jetzt bist du auch nicht mehr da Sind wir da auch runter? Okay, ich muss hier runter Dann Ah, okay Hier lang war er richtig Ich muss da, okay Hier muss man immer gucken, wo es lang geht, ne? I gotta move on Hab halt irgendwie die ganze Zeit Funky Town im Ohr Keine Ahnung warum So Nehmen wir mal so drei Gestern habe ich vier Müsste heute drei kommen Dann habe ich wieder für die ganze Woche folgen Muss ich nur noch ändern Oh Äh Okay, ist nicht so tief Ich glaube da hinten war es lang Haha Ja, da war es lang Ist ja doch schon wieder unsere Freunde Die recht schnell tot sind immer Weil wir einfach ziemlich stark sind schon Zu stark für die Aber das stört uns ja nicht, ne? Könnte ich ja nichts für die Nichts drauf haben Komm her, Junge Alter Alter Auf zum nächsten Yeah Ich mag One Hits Kann ich auch Oh Wenn man One Hiten will, muss man treffen Kann man sich mal merken für die Zukunft Nicht schlimm Absolut nicht schlimm Nein, nein Du Scheißden Kann man noch da hinten gucken Ob der Heini da jetzt steht Der da vielleicht stehen müsste irgendwo Ich weiß das nicht mehr Irgendwo habe ich das mal gesehen Wo man den findet Aber ich habe es vergessen Wie Was ist das für ein Geräusch? Komisch, hier hört es auf Sehr merkwürdig Hier ist er wohl nicht Nö, hier ist der nicht Naja, egal Irgendwann finde ich den mal Ist ja eh noch nicht so weit Dass wir die Waffe, die ich da kaufen möchte Benutzen können Das dauert es noch eine Weile Aber wenn es so weit ist Dann geht es ab wie Schmitz Katze Darf ich euch So, da wollen wir hin Was ist das für ein Geräusch da immer? Irgendwelche Vögel oder so? Gucken wir, sehen wir vielleicht da oben 18.000 Seelen, ey Fehlt schon wieder nicht mehr viel Zum Stufenaufstieg Das freut mich Das heißt, dass das Ding hier so lange ist Freut mich nicht So, wo geht es denn lange? Hier rüber nehme ich an Waren wir hier schon mal? Weiß ich noch mehr Waren ja schon an einigen Orten Da geht es hoch Da hinten waren wir auf jeden Fall schon Da gab es ja anscheinend was zum Plündern Und wir haben es schon geholt Finsterwurstgarten Gehe ich mal da hin Gucken wir Ein bisschen Angst Aber nur ein bisschen Gehen wir nicht aus Alter, Ratte Waren wir hier schon oder nicht? Geiler Skill, Junge Alter Hält auf jeden Fall viel aus Die Ratte Vierze Ratte Nein Oh, ich lebe noch Keiner weiß warum Alter Schwede Oh, da kommen gleich zwei Willst du mich veräppeln? Alter Was für Mistfächer, ey Alter, ich komme ja auch gar nicht weg von denen Das ist ja gar keine Chance, ne? Ich komme Gar nicht dazu Mal hin zu saufen Boah Ne Aber ich muss hier glaube ich lang Problem ist mir Jetzt die ganzen Scheißweg wieder laufen Hm Oh, und ich muss mich auch wieder hin TP'n Junge, Junge Das ist ja nervig Erstmal hier rasten Ob wir hier starten können Hm Also Die Ratten haben es in sich Mal überlegen Wie wir da vorbeikommen sollen Auf jeden Fall hätte ich ja eigentlich gedacht Wir sind ziemlich Mächtig hier So stark wie wir jetzt sind Aber sind wir wohl nicht Gibt's also wieder Die Silberritte Rüstung Den Moosklumpen nehmen wir gern So, gucken her Ne, diesmal kommt der nicht Ist hier lang Genau Schön aufpassen, dass wir nicht abstürzen Wir wollen ja schließlich die Seelen nicht verlieren Die vielen So viele waren es zwar nicht Aber naja, mein Gott Für mich waren es viele Momentan bin ich ja sehr auf dem Counter-Strike Trip Durch den Livestream Wenn wir da ständig Counter-Strike spielen So Ah, der Livestream Der ist schon Solltet ihr mal reinschauen Für diejenigen Die dies noch nicht getan haben Der Livestream Link ist Äh Natürlich in der Videobeschreibung Und überhaupt überall zu finden Immer wieder lustig Mit den ganzen Verrückten So Würde gern mal Dark Souls Livestream Aber Scheiße Alter Treffen Kann ich auch Und schon fehlt nur noch einer Auch ganz easy Aber die droppen nix Die Arschlöcher So Diesmal gehen wir gleich Zur Leiter Scheiß Wasser So Die Rattenviecher da oben Brauche ich vielleicht mehr Tempo Vielleicht mit Feuer bekämpfen Mal schauen Ob das was bringt Weil die halten halt viel aus Ich könnte höchstens versuchen Weg zu rennen Oder sie irgendwie einzeln Ran zu kriegen Alles nicht einfach Mal schauen Kriegen wir schon hin Die Fungenschwert Da haben wir Nicht so genug Geschicklichkeit für Beziehungsweise Geweglichkeit Um damit ordentlich zu kämpfen Kann ja auch mal gucken Wo der andere Wiki lang führt Da lang Fenster Wortsgarten Mal sehen Mal sehen Was hier gibt Ah Unsere Freunde Sind okay Noch so einer Moosklumpeln Immer als abchecken Kein Thema Da wird's ein Thema Dann sind es dann ganz schön viele Alter Jetzt müssen wir die erst mal Dezimieren Die Kollegen So Das ist Dezimierung Im XL Format Und das sind Moosklumpen Ohne Ende Aber ich brauche ja Meistens die mit den Blumen Davon war kein Einzelner dabei So Hier gibt's noch Einen Überrest Mal gucken Leiche plündern hier Oh Ein Rüstung Der nicht wirklich Was bringt hier der Helm Zumindest schon mal nicht Das ist Nö Das ist Das Silberutterzeug Natürlich mal Nichts besser Aber es muss ja hier noch mehr geben Als das Aber Woher alle sein Ein großes Gebiet Da muss noch mehr zu holen geben Oh Jede Menge Arschkexfiecher Und noch zu sein Zwei Das ist jetzt nicht gerade jede Menge Oh Drei Auch nicht jede Menge Vier Okay Noch mehr von euch Nicht Okay Die sind zum Glück kein Thema Für starke Helden wie uns Aber wo geht's lang Da geht's lang Oh Ein Magican Bisschen aufpassen Alter Fick dich Oh Fuck Ah ja Wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss Und